Mandalorian, Staffel 1, Folge 1, Chapter 1, ist draußen. Und wie auch immer ihr diese Folgen anschauen werdet, über komplizierte VPNs, glückliche Zufälle oder andere Möglichkeiten, es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um meine Mandalorian-Review zu Folge 1 anzuhören und meine Meinung zu hören zu Chapter 1 of The Mandalorian. Ich war vor der Serie kein bisschen gehypt, ich habe keine Vorfreude verspürt, ich war jetzt nicht so, oh mein Gott, der Mandalorian kommt in zwei Tagen raus. Nein, ich war heute ein bisschen excited, heute früh, ich war so, uh, heute ist der Tag, heute könnte sich vieles in Star Wars verändern. Und ich bin mir ziemlich sicher, es hat sich viel verändert. Meine Meinung nach der ersten Folge hat sich ein kleines bisschen gewandelt, aber es ist immer noch sehr trocken und ich bin immer noch sehr kalt gelassen, was Mandalorian angeht. Ich bin noch nicht super excited, wie es weitergeht, ich verspüre keine großartige Vorfreude, aber ich verspüre auch keine Langeweile, sagen wir es so. Und das sind positive Sachen. Ich muss insgesamt sagen, Folge 1, 35 Minuten finde ich ein bisschen kurz. Also ich hätte mir lieber, gibt mir lieber noch, es hat sich an manchen Stellen eh schon sehr gezogen, finde ich, aber ich hätte lieber noch 10 Minuten mehr gehabt. Ab 45 Minuten wäre ich voll okay gewesen, 35, 40 mit den Credits, finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Aber wir kriegen am Freitag schon die zweite Folge, deswegen, vielleicht ist es einfach die erste Folge und deswegen ist sie so kurz, vielleicht sind die gekommenen Folgen ein bisschen länger. Wir wissen es nicht. Ich rede einfach mal durch die ganze Folge durch. Also es fängt an mit dieser Szene auf diesem Schneeplaneten und dem Bounty und alles mögliche. Es war ein guter, brutaler Start, der nicht vor Gewalt zurückschreckt und das finde ich gut. Es hat ihr direkt gezeigt, wie diese Serie sein wird und das fand ich sehr toll. Der blaue Typ war mir super sympathisch und er tat mir sehr leid, als er da dann eingefroren wurde. Aber irgendwie fand ich so die ganze erste Hälfte oder erstes Viertel der Episode, fand ich alles sehr cringy. Also es war irgendwie, es kam, es kam kein, es hat sich nicht nach Star Wars angefühlt und es hat sich die meisten, also es gab einen Moment, da hat es sich dann endlich nach Star Wars angefühlt. Davor war es alles sehr cringy und Fanfilm und awkward. Generell die ganze Folge sah sehr Fanfilmmäßig aus, ein sehr teurer Fanfilm. Ich hoffe, das wandelt sich noch, aber bisher habe ich noch nicht das große Star Wars Gefühl gehabt, das ich teilweise sogar bei den Animationsserien, sogar bei Star Wars Resistance nach der ersten Folge schon hatte. Also es fehlt mir noch das Star Warsige. Es ist zwar schon Star Wars und sie fliegen rum und alles mögliche und schießen und... Aber irgendwo, irgendwo fehlt noch dieser kleine Funken, der es richtig Star Wars macht. Ähm, es gab schöne Referenzen und schöne Anspielungen mit Life Day und sonst noch was, fand ich sehr lustig, Star Wars Holiday Special. Ähm, der Moment, wo sich für mich alles gewendet hat, war dann, nachdem der Mandalorian den Auftrag bekommen hat von Werner Herzog und seinem Doktor da. War richtig creepy Typen, ähm, dass er eben diesen, 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 dieses 50-jährige, ähm, Bounty holen soll, sagen wir mal. Da hat sich alles für mich gewandelt, die Szene fand ich sehr cool, die fand ich sehr interessant, ich fand den Doktor ein bisschen merkwürdig, die Brille fand ich ein bisschen strange, aber whatever. Und dann ging es los. Dann geht er in diesen Keller runter und ich schaue mir das an und meine Kinnlade ist runtergeklappt. Also mein Mund war offen, ich war, what is happening, what the fuck, hab ich aufgeschrieben, what the fuck, Mando-Bunker, Schmiede. Ich war sehr überrascht, dass wir auf einmal so viele Mandalorian-Leute gesehen haben und dann geht er da rein, es war, es war, es hatte Star Wars-Gefühl da das erste Mal. Es hat sich nach Star Wars angefühlt, davor war es so, okay, irgendwas. Ähm, aber er geht da in diesen Bunker, dann lässt er das da schmieden, man hat diese Flashbacks, ähm, diese Frau redet über The Great Purge, das da, das, äh, das, äh, Beskar-Metall, ähm, irgendwie aus der Zeit stammt und die Montage von der Herstellung, man hat Sachen über den Mandalorian erfahren, er war ein Foundling, also wahrscheinlich irgendwelche Waisenkinder, die halt gefunden werden. Und ich nehme mal an, als Mandalorian aufgezogen werden, obwohl sie es nicht sind, ähm, er wurde zu Zeiten von Clone Wars wahrscheinlich ausgesetzt und das war, das war meine Lieblingsszene in der gesamten Folge. Ähm, und das hat sich, da, das hat sich endlich nach Tiefe angefühlt, davor war es alles sehr flach und sehr langweilig und, ja, hier, da schießt er rum, da schießt er rum, ja, ja, ist ein toller Mandalorian, ist ein Bounty Hunter, uuuh. Es hat sich da noch nicht nach irgendwas, ja, irgendwie nach was mit Gewicht angefühlt und mit der Szene hat sich das sehr gewandelt und dann war ich auch positiv überrascht. Dann ging's weiter mit dieser ganzen Agnock, Agnott, Agnott, ähm, ne, Szene und der Blurk-Szene mit diesen riesen Viechern, die er geritten hat. Da war ich auch sehr kritisch, also das CGI von den Blurks war schrecklich, also nicht schrecklich, aber es war schlecht, ähm, und da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, also, ich hab mir das angeschaut und es war einfach ein bisschen rough. Das CGI war an der Stelle ein bisschen rough und das fand ich nicht, fand ich nicht okay, hab ich nicht durchgehen lassen, find ich nicht gut, hätte ein bisschen, ein Ticken besser sein können. Ähm, und generell, es ist mir zu sehr auf Western, also es ist mir, es war klar, es wird ein Western sein, aber die Musik beim Intro, bei der Title Card, dann diese, oh ja, du musst das, das, das Pferd zähmen sozusagen, diese Szene, diese klassische Western-Szene. Es ist mir zu sehr auf Western ausgelegt und gezwungenermaßen Western und das nervt mich jetzt schon. Und wenn es die ganze Serie so durchgeht, dann sag ich euch, dann hab ich ein großes Problem mit dieser Serie, weil ich bin kein Fan von Western. Und ich, ich weiß nicht, ich hoffe, es zieht sich nicht so krass da durch, wie es jetzt in dieser ersten Folge so war, weil es kam mir sehr erzwungen irgendwie vor. Und wie gesagt, ich hoffe, das bleibt eben nicht. Auf jeden Fall, den Charakter von Nick Nolte gesprochen, den Agnog, 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 das Schweinchen, fand ich super süß, war mein Favorite, love him, er ist toll. Ich hoffe, man sieht ihn vielleicht nochmal, wäre ganz cool, er war mir sehr sympathisch. Ähm, und dann kommt es eben zu der IG-11-Szene. Sie treffen aufeinander und da hab ich mir aufgeschrieben, endlich Star Wars und der Mando ist ein Mensch. Weil davor war der Mando eine Hülle, er war lame, er hat nichts gesagt, er hat die ganze Zeit mit dieser dramatischen Stimme gesprochen, die mir nach zwei Sätzen schon auf den Sack ging, Alter. Und damit hat er die ganze Zeit gesprochen. Und es ging mir auf die Nerven, also es ging mir sehr schnell auf die Nerven. Ähm, und da hat er dann endlich, man hat ihn mal atmen gehört, er war außer Atem, er hat sich normal wie ein Mensch verhalten und nicht wie, ich muss ein dramatischer Western-Charakter sein. Sondern er hat sich mal wie ein normaler Mensch verhalten und die Chemie mit dem, mit IG-11 fand ich toll und dann kommt Baby Yoda und ich war schock. Ich so, what the fuck is happening? Aber super süß und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, der Mandalorian will jetzt Yoda nicht abgeben, Yoda, ähm, und ich glaube, es wird darum gehen in der ersten Staffel, dass er sich um Baby Yoda kümmert und ihn schützt. Und dadurch mehr zum Menschen wird und moralische und ethische Sachen, man muss unterscheiden, was, was tut man, widersetzt man sich seinem, seinen Job und seinem, seinem Ruf oder, ähm, ja, ne. Ich glaube, das wird so der Konflikt sein der ersten Staffel oder zumindest der ersten paar Folgen. Und ich hoffe, das wird ganz interessant. Ich bin sehr gespannt, was sie mit Baby Yoda vorhaben. Aber alles in allem war es ein, es war eine okaye erste Folge. Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Bang, dass ich mehr abgeholt bin. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht am Freitag mit Folge 2. Und ich hoffe, das bügelt sich in den nächsten Folgen aus. Und dann kann es eine sehr schöne Serie werden. Ich freu mich auf Folge 2. Ähm, was ist eure Meinung? Schreib's mir unten in die Kommentare. Und, ähm, ja, ich beende den Satz mit einem Satz, der, glaube ich, zweimal gesagt wurde in dieser Folge. I have spoken. Möge die Macht mit euch sein.